wir sind hallo und herzlich willkommen zurück zu seven days to die so wir machen du kriegst die tür nicht so ich muss ja mein stuff noch holen stuff wollte ich sagen ich führe mich an wie die zombies hier also was ich noch sagen wollte ja hier ich wollte mich noch mal bei dem robert brettschneider bedanken für die ganzen tipps die er uns immer gibt und dass er das so toll verfolgt wie wir spielen dankeschön ja ich liest du jedes kommentar ja sicher denke warum ich lese jedes tatsächlich ich weiß ja nicht deswegen bedanke ich mich mal für die tipps da sind gar keine bilder weil da sind ja schon einige sachen bei die ja ja er hat auch gesagt gehabt mit den hat er erst gedacht wir haben runtergeschraubt aber wir haben scheinbar nur pech ja wie immer ja das stimmt unser leben und jetzt wo du sagst er hatte auch mal geschrieben gehabt dass die eine hütte da am see da soll ich noch mal das gebälg angucken also ich denke mal hier dachboden sozusagen ich denke mal ich gehe davon aus dass ich da das dach aufmachen kann und da ist bestimmt noch geiler loot ich bin mal auf dieses wasserhaus da auch das wasserhaus was auf dem wasser steht das haus am see das war kein cooler film titel nicht warum nicht das haus auf dem see du musst doch trinken woran könnte das wohl liegen ich bin 90 infiziert und wir haben kein antibiotikum ne ich werde mich gleich ausstatten wie rambo und dann hole ich mir mein zeug wieder die zombies können nicht mal mein fahrrad ist auch da hinten ist jetzt 22 uhr arbeit so was ich nicht verstehe warum ich ja sowieso die farbe blau warum ich na kein honig kriege wenn ich baumstumpfe habe er hat gesagt auch in einem der kommentare dass du den honig am besten im schneegebiet warmst und essen auch ja fleisch ne fleisch also ne fleisch kein essen wolltest du gerade schandige wörter sagen jasmin so viel was ich mitnehmen könnte war kostenpresser ist gar nicht mehr da wie mache ich noch mal hier die kann ich das rezept angucken warte mal wo haben wir denn die rezepte für ich habe es gesehen aber muss ich im schneegebiet wenig dick anziehen doch ne ja bestimmt kartoffelnfleisch pilze damit ich nicht erfriere ne aber was ziehe ich denn denn da an mantel ich brauche holz für den grill ich weiß nicht ein mantel vielleicht oder wir ja nicht jedoch zu kaufler du hast doch hier in der nähe diesen klamotten lernen putzanzugsjacke bin ich nackt ja eine schande für die zombies die armen die müssen mich jetzt sehen ist doch gut dann kommen die nicht her die laufen weg wegen meinem mächtigen gemächt isolierungs mod mit doch an meiner jacke oder nicht so das dauert fünf minuten ja ausstatten wie rambo was hatten rambo so ich brauche ein messer selbstgebautes maschinengewehr nehme ich mit 150 munition hatte ich nicht munition hergestellt ich habe 150 munition ja hier in der kiste sind auch noch mal 450 ich alles mitgenommen was brauchen wir schwarz pulver brauchen wir also schießpulver haben wir doch machen wir aus kalium nitrat und kohle aber hatten wir doch aber wir müssen wieder kohle abbauen wo wieder hab doch erst 500 abgebaut das ist ja nicht viel da habe ich ein bisschen schisspulver draus gemacht ich nehme den auch mal mit wo willst du denn jetzt sind überhaupt dann ich möchte gerne zum shotgun messia meine sachen wiederholen da ist noch eine rechnung offen und die wurde noch nicht beglichen wo ist denn das weit weg ja ich sollte mir mehr trinken mitnehmen so ein fahrrad nein ich bin so mein farm es könnte aber sein dass dein fahrrad denn da bleibt ne warum ich sag nur es könnte es könnte sein ne dann hörst du das nicht warum das verstehe ich jetzt nicht das musst du mir mal erörtern ich möchte nicht dass mein fahrrad da einsam und alleine steht natürlich bringe ich dir das mit ahja ja oh ich hab jetzt nicht mal licht nimm doch ne taschenlampe mit ich muss 1,5 kilometer weit laufen ja taschenlampe nö bin schon unterwegs kommst du mit nein warum weil ich im dunkeln nicht gehen möchte ich sehe so schon so schlecht du hast doch ne taschenlampe außerdem werde ich dir gerade wenn ich jetzt losgehe bin ich im anbruch des morgengrauen da so weit warst du weg 1,4 kilometer noch also ja brauche mal ein auto ey in der tat ich war etwas weit weg hab ich überhaupt einen Punkt ja ich ich arbeite da was äh ich ja ich höre ich arbeite an etwas großem Jasmin das darf ich dir noch nicht sagen und nein natürlich habe ich nicht nachgeladen warum auch nein aus aus dass diese hunde einfach nicht hören äh ich brauche mal einen stein äh ich komme gleich wieder ups kriege ich da von stein in der tat äh eine stein achst bitte ich brauche zwei stein ja wollte gerade sagen es kann sich nur um stunden handeln komm her feiner Hund du bist ein Fein ich muss deinen Kopf streicheln so ach komm ich nehme erstmal alles mit aber ich glaube ich war ja ich nicht schon voll überladen beim Shotgun äh Messia das ist eine richtig weite Weltreise und Holz unterwegs mitnehmen aber ich habe halt nur so eine Steinachs das deprimiert mich also wenn man einmal so weit voraus ist deprimiert das ich soll vielleicht die Ausdauer ein bisschen einteilen ein Stoppschild ein Hase ich muss auf die andere Flussseite auch noch was naja ein schöner Osterbraten äh ich habe auch gar kein Knüppel ne Knüppel Safety first habe ich hier nicht einen Hund gehört hier ist ja noch dunkler noch dunkler im Dunkeln irgendwas Gebrauchbares äh Gebrauchbares dir ist kalt suche Kleidung finde ein zünde eine Fackel an oder mache ein Lagefeuer also eine Fackel soll es sein bei Regen ich habe keinen Stofffetzen gut das ist ja gruselig im Dunkeln na dann war schlecht Baseball das ist jetzt ja hier gibt es auch nicht viele jetzt ist natürlich die Frage besteht die Möglichkeit dass ich erbiere kann ich keine Lymphen draus machen äh aus Rasen habe ich nicht zählt das nein so ich bin wieder da hallo ja die ich friere er ist glaube ich warm gewesen ich habe mal Fenster aufgemacht und so konnte er sehen im Dunkeln nichts passiert hier nichts passiert gerade ich habe hier noch so ein interessantes Gebäude gefunden mit einem muffigen Rucksack äh kleiner Motor Werkzeug Tank Mod ich nehme mal mit ja möchte ich das eigentlich schon ich habe hier noch ein Rezept für Bier das haben wir beide schon achso warte dann kann ich das doch äh für die XP ja äh äh ne uh lehm ja lehm 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 kannst du überall hier bei uns abbauen Bauplan für compound armbrust habe ich mal gelernt ja ich lehm und lehm lassen ne sag ich immer äh ach hier bin ich ach Gott und wie weit musst du noch weit ja jetzt könnte ich hier noch die Werkbank abbauen aber das geht nicht ich habe den Fackel weggeschmissen Jasmin oh 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 nein ich will nicht schon wieder sterben du bist wirklich schlau danke oh 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 ich habe keine Munition Jasmin hat das wer gehört hä oh ja 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 ein dicker Biker hat mich gehört auch eben gerade was gehört ich verraff jedes Mal das Nachladen was war das hier unten nicht noch geiler Loot geiler Loot ach komm hier muss ich hin wenn ich meinen Schraubenschlüssel habe dann kann ich die Bergbank und das abbauen oh warte mal ich habe eine Dose eingesammelt den größten Teil von den Sachen die ich jetzt sammle muss ich wahrscheinlich wieder wegschmeißen ja mh weil ich äh keinen richtigen Mate habe mit dem ich spielen kann na komm ich habe nur dich mh du Arsch ja ääääh mh ah ich möchte nicht drauf gehen oh das hört sich ja geil an wenn du joh ich bin infiziert mich auch hä bist du doch schon lange oder nicht Nein, ich war ja tot. Ach, übrigens, ja. Und übrigens, bei dem einen Video, wo der Hund dich angegriffen hat, wo du gesagt hast, ich bin doch gar nicht infiziert, da warst du schon infiziert. Übrigens, nur mal so. Echt? Ja. Geil. Eingeschoben. Die Armbrust ist gut, du solltest dir auch eine bauen. Mhm. Warum kommt hier keiner? Ich glaube, hier war ich schon mal. Oh nein. Officer Schlotz. Schlotz. Weißt du, warum ich sterben würde in einer Zombie-Apokalypse? Bin ich mir ziemlich sicher. Weil ich das Nachladen vergesse. Also selbst wenn ich eine Baffe hätte, ich lade halt nicht nach. mhm. Äh. Ja. Boah, ich sterbe hier noch, bevor ich da angekommen bin. Du bist nur so schnell. Nacht. Das kann ich. Äh. Die Waffe mitzunehmen war nicht die schlauste Idee. Ich mach ziemlich auf mich aufmerksam. Boah. Ja. Boah. Warum tut er dieses? Ja, meine Munition neigt sich auch dem Ende. Ja, tatsächlich sind 150 Schuss nicht viel, wenn man hier zu Fuß her geht. Ein Baumstamm. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Meinst du, ich bekomme ein Glas... Hab ich nicht ein Glas Honig? Nee. Ich baue den mal ab. Meinst du, ich kriege ein Glas Honig? Ich weiß nicht. Das wäre so nice, was Süßes. Nö, war nur Holz. Da war nur Holz in dem Baum. Ich wollte mich doch hier langsam veräppeln. Wie viele seid ihr denn hier? So, jetzt habe ich aber die Faxen dicke. Ja, gern doch. Ja, irgendwo da schlägt es auch 13, ne? Vor der 12. Meinst du? Nee, das meine ich nicht. Ich bin doch kein Mining. 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 Rechts von mir hat irgendwas gegen eine Wand gehauen. Übrigens was? Ey, der Wald ist so creepy. Nachts im Dunkeln. Du musst aufpassen. Äh... Du musst aufpassen. In diesem Wald, das ist ein magischer Wald, da leben die Fantastic Four. Ich sehe hier gerade die menschliche Fackel. Oh. Die menschliche Fackel. Die menschliche Fackel. Aber so viel hat er nicht von seinen Superkräften gehabt. Er ist schon weg. Radioaktiv. Rat mal, wo ich bin, Jasmin. Nicht hier. Oh, kann ich meine Pfeile gar nicht mehr einsammeln von der Armbrust? Das ist ja eine Hausnummer, ne? Ja, dann mache ich das bestimmt nicht. Schlange? Schlange? Wo? Ich sehe nicht. Ich habe noch gar keine gesehen. Hund? Selber. Zombiehund? Oh, nee. So ein dicker Officer. Guck mal immer. Ich habe schon mal mein Fahrrad hier. So, was haben wir denn da drinne? Nichts Sinnvolles. Schön. Ich, ja, äh, ich bin am Arsch. Das ist aber eklig. Wieso? Vielleicht ist es ja ein schöner Hintern. Bäh. Bäh. Mh. Ärsche. Geil. So haarig und, äh? Oh mein Gott. Was denn? Das ist eklig. So, ich habe jetzt noch mal ein bisschen Essen getocht. Getocht? Ja, doch. Ein bisschen Essen getocht. Okay, ich bin jetzt beim Shotgun-Massias. Alleine will ich wohl bemerkt anmerken, ne? Habe ich dir schon erzählt, dass ich alleine beim Shotgun-Massias bin? So, ohne irgendwelche jädliche Unterstützung eines Teammates? Kennst du Wayne? Kennst du Wayne? Kennst du Wayne? Könst du Wayne? Könst du Wayne? Wusstest du, dass das ein... Wusstest du, dass das ein... Ein Teamspiel ist, sozusagen? Also... Nö. Nö. Jeder geht seinen eigenen Weg hier. Ah! Theoretisch. Nee. Warte mal. Wie in einer echten Apokalypse. Ah! Ich weiß, wo man das Maismehl macht. An der Bergbank. In der Küche. Nee. Bergbank. Meinst du? Nee, mache ich gerade. Meinst du, du machst das gerade? Hm? Das gefällt mir gar nicht. Ich habe schon wieder Musik, als ob hier ein Haufen los ist. Kann man nämlich ein paar Kuchen backen, weil Kuchen geben gute Energie. Hm. Geil. Nein. Nein! Warum ziehe ich mich nicht an? Ich habe die Klamotten zerlegt. Ich bin so... Sag nix, Jasmin. Sag einfach nix. Nein, auch nicht. Danke schön. Ich bin getrunken. Bist du gestorben, oder was? Nein. Hm. Statt die Klamotten anzuziehen, habe ich angefangen, äh... sie zu zerlegen. Hm, mach mal. Ha! Ja. Der Blau. So, dann kann ich mal ein bisschen Kuchen backen. Immer wieder ein bisschen mehr Kürbis und so haben. Äh... Ich muss erst mal gucken, wie ich hier meine Sachen unterkriege. Äh... Ja, das macht man sehr weh. Äh... 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 Ich schmeiß mal die Knochen raus. Die kriegen wir ja ständig. Das sage ich irgendwie jedes Mal. Irgendwann kriege ich keine Knochen mehr. So, jetzt muss ich nur noch die drei Sachen unterkriegen. Das kann ich doch auch wieder trinken. Äh... Äh... Glücksbrille. Glücksbrille? Eine Glücksbrille. Kaffee könnte ich auch nochmal machen, ne? Haben wir nicht noch voll viel Kaffee? Ja und? Okay. Ja, wir haben 10, 20, 30, 40. Ja, was wir haben, das haben wir, ne? Ja, eben, Patrick. Eben. No. Eben de. Eben de. Eben de. Petri hört sich das so doof an. Danke. Bitte. Ich versuche mich deinem Niveau anzupassen. Hey. Was? Er hat das gesagt. Kleiner Schlingel. Du kleiner Schlingel. Prechtdachs. Ja. Kaffee. Gucken. Cool. Ich hab mein... Ich hab mein Zeug wieder. Ich hab mein... Ich hab mein... Ich hab mein Zeug wieder. Ich hab mein... Ich muss jetzt nur mal gucken. Ich wollte ja eigentlich... ...nach oben. Hm? Ich hab ja jetzt einen Ballermann dabei. Ballermann. Das Einzige ist halt, ich bin überladen, ne? Massig. So wie deine Mutter ohne Klamotten. Was? Wie bitte? Was? Kannst du sowas sagen? Oh. Du bist ja frech. Hm. Mein Problem, was ich habe, ist... Wie bin ich da hingekommen, wo ich letztes Mal war? Keine Ahnung. Wo warst du denn letztes Mal? Da, wo du jetzt bist, oder nicht? Äh, nein. Hm. Es ging ja noch weiter nach oben, da, wo ich war. Da, wo er war. Da, wo ich war. Es ging jetzt weiter nach oben. Uh, uh, uh. Ich bin mega langweilig hier. Ich koche Essen und mache nur Wasser. Und so. Und wie im Privaten auch. Ey. Übertreib mal nicht. Was? Das stimmt überhaupt nicht. Hier hat irgendwas versucht, die Tür einzuprügeln. Hm, ich gleich. Warum? Hm, ich werde gleich zu Hulk, ey. Grün? Hm. Wie Hulk? Hulk. Hulk? Was passiert, wenn ich das mache? Ich muss da mal was austauschen. So, das werde ich ja erstmal nicht brauchen. Warte mal, ich muss das auch nochmal umlegen. So. So. Bevor man sich wundert, ich bin jetzt nicht hier, um Sachen abzubauen. Ne, wundert sich keiner. Macht dir keine Sorgen. Hier. Hier. Dieser Ort hier ist fürchterlich, Jasmin. Ach Mensch, stell dich nicht so an. Du wirst es überleben, Patrick. Wie kann ich denn höher? Geiler Loot ist immer auf dem Dach. Ja. Aua. Er ist schnell. Und seine Freundin auch. Du wirst ja auch nachts. Danke. Oh mein Gott. Ich bin auch nachts. Ach ja, wir haben ja noch nachts, Jasmin. Ja. Da musst du schon dran denken, wenn du so eine Tour hier unternimmst. Ja, ich. Ja, deswegen gehe ich nicht raus. Das war's langweilig, aber... Wir sind... Ne. Muschi. Ja, egal. Ich gehe lieber bei Tark los, ey. Hm. Das hätte eben gerade auch nach hinten losgehen können. Lebt der Vogel? Lebt? Ne. Ist tot. Ich dachte, der lebt. Aber seine Ö. Seine Ö. Aber seine Ö. Da war doch noch ein Ö. Wo ist der dritte Ö? Aber seine Ö. Ich glaube, man hat mich bemerkt im Erdgeschoss. Ja, Geschoss. Warte mal. Die Lampen, die leuchten den Weg... Mist, bin ich falsch rumgegangen? Das ist ja das reinste Labyrinth. Labyrinth. Also müsste ich theoretisch hier lang? Oh, wird schon ein bisschen hell, ne? Ein bisschen. Gott sei Dank. Ist hier wer drinne? Was 50% infiziert. Habst du Antibiotika gefunden? Ne, war. Ich hab was anderes gefunden. Was denn? Gefällt mir gar nicht. Ach so. Ich dachte, das ist ja was Interessantes. Oh. Oh. Falsche Richtung. Wo kamen die denn her? Da hab ich mich auch gerade gefragt. Weiß nicht. Der Raum ist von zwei Seiten betretbar. Ja, hier kommt voll die Herde gerade. Oh, kacke. Bei mir. Ich hänge hier fest. Ja, geil. Was mach ich denn jetzt? Toll. Äh. Gegebenenfalls werde ich meine Sachen nochmal holen müssen. Ich kam gar nicht hierher. Nur, dass du Bescheid weißt. Ich hab gerade ein bisschen aufmerksam auf mich gemacht. Äh, wo bist du denn? Bist du, ne? Beim Shotgun-Massiers. Ich wollte ja eigentlich aufs Dach. Ach so, und was machen die da jetzt? Das frage ich mich auch. Äh, wo wollen die denn jetzt hin? Wie komm ich denn hier hoch? Äh, was machen die denn da jetzt? Party? Besprechen die ihre Lage gerade, oder? Geh du zuerst. Nein, du. Ach, komm schon. Ja, die stehen jetzt da? Ich bin letztes Mal zuerst gegangen. Keine Sau macht was. Die stehen jetzt da. Vielleicht komm da mit meinen Pfeilen und so nicht richtig hin. Die Freaks springen von oben hier runter. Hey, was machen die denn da? Okay, jetzt reicht's. Ich brauche mal einen Fahrstuhl. Äh, 60. Kein Platz im Inventar. Oh, ich hab ihn getroffen. Krasse Scheiße. Äh. Da. Du. Ja, cool. Äh, hä. Ciao. Äh, Shape. Leiter. Da. Oh, gelber Säck. Da komm ich jetzt aber schlecht hin, weil hier die anderen noch alle sind. Hehehe, ich bin scheiße. Ich bin so clever. Das ist natürlich semi-geil. Au. Das kann doch nicht. Ei, hier war ich doch schon mal. Ja, du hast nicht genug Ausdauer, sagt er zu mir. Das kann man nicht. Okay, ich werd wieder Krach machen. Es war jetzt nicht anders machbar. Da kamen sie tatsächlich die Leiter hoch. Oh. Und hier stehen sie irgendwie. Entweder auf den Türmen oder hier. Warte mal, ich... Äh. Komm, ich bin mal her hier. Ja. Ich muss mal kurz was essen. Aha. Verdammt. Autsch. Können wir jetzt endlich mal... Ich muss mal Zeit, ey. Was bist du denn? Äh, Jasmin, hier gibt es noch so einen komischen... Ahn! Was? Der ist wieder aufgestanden. Was gibt es? Andere Zombies. Ja, ich hab jetzt hier grad welche dahinter. Ja, ich auch. Klatsch, schneller nach. Uh. Das war aber knapp. So, darf ich jetzt hier bitte in Ruhe gucken? Ist irgendwo noch so ein Kackvogel. Weil der gelbe Sack ist jetzt weg. Fitt, ey. Ja, wo kommt der denn? Hm. Ich kann den Vogel nicht sehen. Jo, jetzt wollen wir mal abbauen hier. Was haben wir denn hier geiles? Äh, äh... Habt gut getauscht. Jasmin, ich hole mal ein bisschen Eisen. Schade, dass ich den gelben Sack nicht abwandeln konnte, ey. Und elektrische Teile. Bin mal gespannt, wie viel ich hier noch mitne... Oh. Also wenn es hier geilen Gut gibt, ne? Denn, äh... Muss ich ja gucken, was ich aussortiere. Dann sollte ich vielleicht gar nicht alles... Oh, oh. Ein Schuss, ein Treffer, Babe. Ja, geht mir genauso. Wenn ich mit meiner Zwille auf Zombies schieße. Endlich mal was los hier. Wo ist denn hier der blöde Vogel? Oh, vorbei. Oh, hier ist noch eine Tür. Das gibt's nicht. Komm her, hier, du Geier. Kack, da wählen sie dich. Wer? Der wählen sie dich. Oder meinst du, wer gefragt hat? Hm, eine Waffenkiste, Jasmin. Mit Munizierung. Ja. Geil, Alter, das bringt Fun, ey. Hier unten... Durch die... Hm? Das sind noch drei Kisten. Ja. Geil. Wir sind bei 40 Minuten, aber ich muss wissen, was hier noch oben ist. Hm. Nix. Oh, oh, eine Leiter. Hier ist noch eine Waffentasche, Jasmin. Eine Waffentasche. Ich hab sie gesagt, auf dem Dach. Ja, bleibt mal ganz locker, ey. Wirst du so nervös? Ja, weil ich hab doch gesagt, auf dem Dach. Aber da sind keine Sachen drin, die ich jetzt mitnehmen kann. Das hat mich jetzt ein bisschen deprimiert. Oh, schade, dass du mich hier bist. Sonst würde ich sagen, guck dir das an, Alter. Alter. Oh. Es ist zum Greifen nah, ne? Aber wenn wir schon mal hier sind, kann man hier noch irgendwas mitnehmen? Da ist noch ein Zombie. Ich weiß nicht, ob der lebt. Also, ob der noch existiert. Ich weiß auch nicht, ob der Zombie noch lebt. Meinst du, der Tote lebt noch? Joghurt. Das ist neblig. Hm. Oh, dankeschön. Bitte. So, ich würd sagen, wir beenden die Folge hier. Und nächste Folge gucken wir uns diese Kisten da drüber an. Oh, okay. Diese Kisten. Ja, mein Vater. Ich bedanke mich. So, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Kommt morgen wieder, dann gucken wir in diese Kisten. Bin mal gespannt, was da drin ist. Da kann nur gut ist. So viel. Oh, da kann nur gute Sachen drin sein. Der liegt da noch. Geil. Alles klar, wir sehen uns morgen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschü-lü-lüs und tü-lü-lüs und tschau-kakao. Ja, dem ist nix mehr hinzuzufügen. 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 Ja, dem ist nix mehr hinzuzufügen.